ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Der Hamburger SV muss für einen längeren Zeitraum auf seinen Top-Tor-Jäger Robert Glatzl verzichten. Eine Verletzung, die sich der Stürmer im Testspiel gegen Aarhus GF zugezogen hat, entpuppt sich als schwerwiegender, als zunächst angenommen. Was ursprünglich nach einer Muskelverletzung aussah, hat sich als komplizierter Sehnenabriss im Übergangsbereich zwischen Hüfte und Oberschenkel herausgestellt. Besonders bitter. Eine alte Verletzung, die Glatzl bereits in der Vergangenheit plagte, hat das Risiko dieser schweren Schädigung erhöht. Nach intensiver Beratung hat der HSV einen Münchner Spezialisten kontaktiert, der für seine Expertise bei derartigen Verletzungen bekannt ist. Dieser entschied sich für ein spezielles operatives Verfahren, bei dem gezielt im Bereich der Knochen gearbeitet wird, um die Sehne zu stabilisieren und eine schnellere Heilung zu ermöglichen. Trotz dieser modernen Methode ist klar, dass Glatzl frühestens im März 2025 wieder auf den Platz zurückkehren kann. Die lange Ausfallzeit trifft den HSV hart, da Glatzl mit seiner Torgefährlichkeit eine Schlüsselrolle in den Aufstiegsambitionen des Vereins einnimmt. Nun liegt es am restlichen Kader, den Ausfall des Stürmers zu kompensieren. Laut einem Bericht des Abendblatts plant der Hamburger SV aktuell nicht, einen vereinslosen Stürmer zu verpflichten, um den Ausfall von Robert Glatzl zu kompensieren. Stattdessen möchte der Klub den Ausfall seines Top-Torjägers durch die Breite des eigenen Kaders auffangen. Diese Entscheidung könnte im Winter jedoch noch einmal überprüft werden, wenn sich die Situation im Sturm weiter zuspitzen sollte. Damit ist auch das zuletzt kursierende Gerücht um Erik Maxim Chupo-Moting vom Tisch. Zumindest bis zur Winterpause. Der ehemalige Bayern-Stürmer, der derzeit vereinslos ist, wurde aufgrund seiner Erfahrung und seiner Vergangenheit beim HSV als potenzieller Kandidat gehandelt, doch der HSV verfolgt vorerst eine andere Strategie. Der Verein vertraut also auf interne Lösungen und darauf, dass die anderen Angreifer im Kader die Verantwortung im Angriff übernehmen können, bis Glatzl wieder fit ist. Anzi Suhonen, der 23-jährige Mittelfeldspieler des Hamburger SV, kehrt ohne Einsatzminuten vom finnischen Nationalteam zurück. Nach seiner Nicht-Berücksichtigung im Spiel gegen Irland fehlte er auch beim prestigeträchtigen Duell gegen England am Sonntagabend überraschend komplett im Kader. Diese Entscheidung sorgte für Unverständnis beim HSV und bei Suhonen selbst. Während Suhonen hoffte, gegen England, gespickt mit Stars wie Harry Kane und Jude Bellingham, eine Chance zu bekommen, entschied sich Finnlands Nationaltrainer Marco Canerva gegen den HSV-Profi. Wie berichtet wurde, war der 23-Jährige nicht verletzt. Canerva hatte lediglich beschlossen, lieber einen zusätzlichen Defensivspieler auf die Bank zu setzen, was Suhonen den Platz im Aufgebot kostete. Lediglich Ilmarie Niskanen von Exeter City teilte sein Schicksal und wurde ebenfalls nicht für den Spieltagskader nominiert. Suhonen, der zuletzt regelmäßig in der Regionalliga-Mannschaft des HSV spielte, dürfte bereits am kommenden Mittwoch beim Derby der U21 gegen Eintracht Norderstedt wieder zum Einsatz kommen. Die Konkurrenz auf seiner Position im Profikader ist groß, was seine Bemühungen um eine Rückkehr erschwert. Ein Vereinswechsel im Sommer kam trotz Bemühungen nicht zustande, weshalb sich Suhonen weiterhin neu beim HSV beweisen muss. Die Hoffnung auf Länderspieleinsatzminuten bleibt vorerst unerfüllt. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.